Okay, okay, okay. Was können wir jetzt witziges machen? Keine Ahnung. Ich hab ne Idee. Wir demolieren ein Auto richtig heavy shit-mäßig, ja? Oder irgendwas anderes. Oder ein L-K-Höten. Ja? Das haben wir doch schon mal gemacht. Ja, nee, aber wir machen das jetzt anders. Nämlich wie? Das... Ja. Oh, ja, du siehst das. Wir holen uns jetzt was Großes. Oder so, und dann... Okay. Geh das richtig ab. Geh das richtig ab. Ich sag dir das. Special Crate Rob in drei Stunden. Den holen wir uns. Ich kann nicht. Ich bin noch im Ladebildschirm. Ich bin noch im Ladebildschirm. Bitte, 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 bitte. Hallo, warte doch mal. Stopp, 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 stopp. Zeit anhalten. Time out. Time out. Oh, ich bin hier in der Garage. Ja, aber wer kriegt den? Lass uns das Feuer aushandeln. Ich... Ich kann nicht. Ich... Mir passiert nichts. Hm. Oh, jetzt steht er wieder geladen. Jetzt steht er wieder geladen. Wo kommt er denn hin? Weiß ich nicht. Ich bin noch bei Trevor. Und du bist wo? Hallo, Trevor. Achso, okay. Ach, so, das meint es mitten in der Garage. Leute, bin ich gar nicht bei dir in der Lobby? Nope. Muss mal hier wieder reinkommen. Kann ich da reinkommen? Ja. Freunde? Ich ruf mal gerade hier einen Helikoptermann an. Das ist ein Helikoptermann. Wirklich den? Ja, wirf eine Münze. Du sagst, was was ist. Äh... Zahl bist du, Kopf bin ich. Oh, warte. Boah, das war geil geworfen, Alter. Zahl. Also du. Yes. Yes. Äh, jetzt muss ich nur gerade hier mal... Pegasus-Vehikel. Weil wenn wir einen Chopper haben, dann sind wir schneller und agiler. Ich muss aber hier reinkommen. Chill mal in den Raum. Aber das, wenn nicht mal mehr drei Stunden kommt, der schaut mal hin, ey. Ich bin ja auch nicht schneller, als das lädt. Wie öffentliche Verkehrsmittel. Kann ich schneller kommen als... Oh, oh mein Gott. Auf einmal gehen die Schranken dazu. Ja, und ich bin bei mir in einer Garage, glaube ich. Wirst du? Mein Sandyshow aus Airfield. Müssen warten, bis angezeigt wird, wo der Special Crate Drop hinkommt. Ja, ich hol mir meinen eigenen Hubschrauber dann. Doppelte Power. Da brauchst du nicht extra hinkommen. Hol ich den nochmal? Mary, ne Pegasus, ne? Jo. Boah, ist ewig her. Jetzt mal gezockt und so schwöre. Ich weiß nicht, gibt es da noch die Bierhüte da vom Independence Day? Ich meine, das war nur über das Wochenende. Ja. Also ich weiß, dass man die Sachen vom Independence Day, diesen Liberator und so, den kann man glaube ich noch jetzt noch erwerben. Äh, wo ist denn Pegasus? Ja, ich weiß nicht. Was? Achta. P. Ja, aber wenn ich den Buchstaben wisse, wo das ist, dann sorge ich immer das Alphabet auf. Mach ich aber auch. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wauw! Ö? muss es elektronik und dann schnell navigation maschinenpistole mann ich habe am abwärts und für behinderte leute ich dumme mann den mann ja es ging so eine halbe minute und dann musste ich hier abschalten weil das Video war genauso behindert wie der Spaghetti Jodonese Was? Ja, nicht Spaghetti Bolognese Spaghetti Jodonese Das kommt auch von dem Das ist mal ein behinderter Typ Ich weiß gar nicht, was ich da geguckt hatte das letzte Mal Aber anscheinend kriegt er ja doch ein bisschen Geld davon Ich hab irgendwas mit Schnee im Sommer Ja klar, weil er so behindert ist und hier einfach nur Hypen Obwohl er dann kann davon leben, aber man tut dann so, dass er da übel viel money Hat er aber nicht, ey Ich meine, er hat ja auch money im Namen Ups Wie spät ist? Ach, da, los Da ist ein Location jetzt irgendwo Ganz links auf einmal am Strand Go Ganz links Ich muss ja bei ihm gucken Da Okay Ich fangen da jetzt bestimmt alle hin Das ist voll selten und so Wann, wann kommt der runter? Das stand vorhin, wo ich das gesehen habe In drei Stunden Jetzt kann es aber auch sein in einer Stunde Also sprich um 5 Uhr morgens 5 Uhr morgens Ja, wir werfen einfach mal irgendwo in eine Kiste ab Ist bestimmt eine gute Idee Oh Gott, da ist einer hinter mir, über mir Oh, den mach ich platt 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 Den mach ich sowas von platt Mein platt Schnell Thomas, go Den, den Ah, nein Den kriege ich nicht Doch, den kriege ich Den kriege ich nicht Die, die Typen, die hier stehen Die schieße ich schon ab Ja, ich versuche gerade den Da ist ein Typ Der ist über dir Ja, ich weiß Ich will den gerade erwischen Aber ich erwische den nicht Jetzt habe ich ihn erwischt Nice Okay, ist klar Come on, man, get it Mit meinem Propeller habe ich ihn weggefetzt Wo ist es? Das liegt hier Los, geh dahinten Muss ich ihn so aufnehmen Was war drin? Ey, ich habe einen Bierhelm What? Wuuu 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 Geil, da sind die Bierhelme also doch noch drin Ja, aber den Baumhaus 1 Den habe ich gerade weggefetzt Haben mich auch Ja, mit meinem Hubschrauber Jetzt will ich auch noch einen haben Ich dachte, die gibt es echt nicht mehr Hammer, geil Setz mal auf, ich komme mal zu dir Ja, warte, ich bin dabei Gut Oh Gott Okay Oh, geil Hehehehe Hehehehe Mega selten sind die Oh mein Gott Was tut das? Nein, das ist der in dem Helikopter What is that? Hey, das ist mein Heli Oder meiner Und gerade einen Stern Mein Heli, weil da mein Zeichen drauf ist What? Ja, mein Hubschrauber Zeichen ist da Schnell, weg Oh mein Gott, ich werde angesnipet Ach, du hast die Raketen gerade Wo schieße ich damit nochmal Ach, da Oh Das habe ich gerade verpeilt Sonst hätte ich die nochmal abgeschossen Ja, gut Wer ist er? Wer ist er? Wo ist er? Raus Er ist rausgegangen Hehehe, da wäre es angepisst Weil wir den Buebierhut weggenommen haben Wuuu Buebierhut Ich habe da ja auch richtig Propeller Weggefetzt Ah, war schon witzig Hehehe, haben wir schon gut gemacht Ja, Baby Mein Propeller setzt immer aus Könnte auch Lester anrufen Done Ja, wenn ich raus springe Probleme, Probleme Wow, da hat der Motor ausgesetzt Alles cool Lester, du bist meine einzige Hoffnung Ja, mein Fahrzeug ist eh kaputt Habe ich noch rechtzeitig gelandet Wo es kaputt gegangen ist Oh, oh Nicht aussteigen So machen das richtige Leute, der mich versuchte Wieso Fuck you, Helikopter Oh, hey You're in trouble Hm, okay I'll deal with it Hehehe Hast du auch angerufen? Ich sehe Bierhelm Okay Jetzt müssen wir uns ein dickes Auto suchen Oder sowas Oder einfach nur ein Auto erstmal Mir egal Was, wie, wie hast du das denn vor? Ja, das siehst du doch hier gleich Haben wir das eigentlich hier schon mal mit dem Jetski gemacht? Ey Was denn? Ein Jetski am Cargobob? Keine Ahnung Und dann in die Liebesgrotte Ich muss schon wieder ein Stern Trimieren möchte dieses Fahrzeug Kriegt er aber nicht Was willst du tun, ne? Was willst du tun? What you gonna do, Barney, huh? Alter, ich muss mir noch einen Wegpunkt setzen Ich weiß nur so grob, wo ich hin muss Ach, die haben übrigens den Torglitch gepatcht, ne? Den Torglitch? Man, also weggefickt wird Weggefetzt Echt? Ja Man, warum machen die sowas? Wolltest du da denn jetzt hinfahren? Ne Gut Where do you wanna go? Ich wollte dich holt was anderes machen Aber ich weiß nicht genau, wo das ist Müssen wir gerade ein bisschen suchen Willst du aber auch noch nicht verraten, oder was? Hm Nö, eigentlich nicht Erst mal gucken Wenn ich überhaupt nicht weiter weiß, dann Holst du eine nicht-fachmännische Meinung ein, oder was? Ja, aber wenn ich glaube Wenn ich sage Wo wir hinwollen Dann weißt du, was ich vorab Okay Glaube ich Aber wir weiß man nicht Das sind aber nicht gut Aber die scheinen freundlich zu sein Ja, so leicht rosa Wie wir Ne, die sind glaube ich rosa da Wir sind rosa, na ja Oder war das Oder ist das hier? Ne, doch Oder? Was? Karte, you want? Ne, ne, ne Ach, da kommt ne Bulle Flucht Oh, you failed Durchgefallen Oh, ich hab den Kanal markiert Das war gut Das war gut Wir haben sogar schon Ne, die Kopter Aber Ne, das ist nicht von der Polizei Nochmal Glück gehabt Was Are you Looking for Ah, ne Hier ist das Glaube ich Bin mir nicht sicher Erstmal hinfahren Gut Ach ja, du siehst ihn ja auch, ne? Ja Ah, noch weiß er nicht, was los ist Ey, nicht hier joggen, ist gefährlich Oh, ich glaube, ich war zu zweifelst Okay Gucken wir mal Oder? Na ja, sag gar Na, hau raus Ist das ne Tankstelle? Nein Schade Ne, dann weiß ich's nicht Okay Sag gerade so aus, als wäre das die Gegend von Lester Ne, Lesters Gegend ist aber ganz anders Okay, dann lag ich falsch Ich hab keine Ahnung, was du tun willst Oh, ich hab ein Homekeeper Hätte ich gedacht, einfach mal in die Tankstelle reinbrettern Okay, ich weiß jetzt, was nicht Warte Das ist natürlich auch die Gegend, wo das Polizeiaubquartier ist What? Oh, ah, falsche Taste, ich wollte X drücken Hab aber 4 gedrückt Okay Ja, jetzt muss ich suchen Jetzt muss ich suchen What? Ah, ich hab das fully under control LOL Ich dachte gar nicht, fährt er auf der Straße einfach so Kacke hier, block ich die Straße Man, ey Dschungel Sind schneller als der Cooler Typ Ja, das ist jetzt ärgerlich What? Wollte mich hier hinstellen Achso, und dann auf der Ja, das ist doof Aber das ist jetzt ärgerlich, dass der Zug da war Und dann So Und dann warten bis der Zug kommt Was wir natürlich auch machen könnten Wir könnten Bull Diese großen Dinger holen gleich Und uns einfach vor den Tunnel stellen Und gucken, also wenn das groß genug ist Achso, hier einfach rein Und dann passen wir da ja nicht durch Okay, ich kann ja schon mal anrufen Ja, aber ich will eben erst gucken, wie das stimuliert das Auto dann ist So, was ich meine? Ja Jo, da müssen wir jetzt warten Ich weiß nicht, ob du es durchläufen lässt oder cut es Kann ich auch, glaube ich, dann beschleunigen Oder auch nicht Ich weiß es noch nicht Was hast du für einen Merkpunkt? Das ist mein Dumpster Das ist der fette Truck da Da kommt ein Zug Oh, jetzt schon wieder? Jo Man muss ich doch nicht cutten Oh, ich weiß nicht Oh, oh, oh Oh Gott Das war nicht so Alter Ich kriege noch Ich dachte, das wäre ein bisschen krasser Ja, dachte ich auch Ich glaube, ich stand nicht ganz so toll Ja gut, ich bin hinten ganz schmal Boah Hier könnte man das auch machen Ah, überholt Stelle suchen, Stelle suchen Ah Ah, nee Das glaube ich alles nicht gut genug Ah, nee Hier biecht er ab Ah Ah, ist der noch hinter uns? Moment Jo Äh, hier fährt er dann bestimmt weiter Aber wir versuchen das jetzt mal Ich kann das nicht umfahren Das? Ja Kann man die Ampeln umfahren? Ah, ich konnte jetzt nicht umfahren Okay, okay Zug, Zug, Zug Das ist doch noch Doch, doch nicht Zug, Zug Loil, alter Volle links drei Zug, Zug Ne, doch nicht Zug Ohl und überholen, schnell um Do it Loil, 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 loil Ah, es wird immer enger Es wird immer enger Es wird immer enger Oh, nein Oh, scheiße You failed Irgendwie da ist aber geil, oder? Ja, ist glaube ich richtig geil Okay Okay Hm, passt das so? Der muss mich eigentlich Ich rutsche da runter Da ist so ein komischer Stein Siehst du den? Ja Da Da Jetzt Jetzt gucken wir mal